Und an dieser Stelle möchte ich nicht vergessen, mich bei euch allen zu bedanken. Ihr seid diejenigen gewesen, die jede Woche auf die Straße gegangen seien, um gegen diesen Irrsinn zu demonstrieren. Danke, danke, danke. Das waren wir. Wir waren das. Für die Interessen unserer Bürger. Wir sind das Volk!